Olivia Wilde, erster nach Harry Styles Trennung Noch ist nichts offiziell bestätigt, aber Beobachter und die US-Medien sind sich sicher, Harry Styles, 28, und Olivia Wilde, 38, haben sich vor einigen Tagen getrennt. Das angebliche Lebesaus hielt die Schauspielerin allerdings nicht davon ab, gleich wieder über einen roten Teppich zu stolzieren, in Los Angeles erschien Wilde bei den Gouverneurs-Avots im Fairmont Century Plaza und schlüpfte für den besonderen Anlass in ein außergewöhnliches Kleid. In einem Meergegentölkleid von Erde mit einer Schleppe aus Netzstoff posierte sie mit strengem Blick für die Fotografen. Ihr glamouröses Ensemble vervollständigte Wilde mit durchsichtigen Opern-Handschuhen und dezenten Perlen-Ohrsteckern. Die Ex-Verlobte von Jason Sudeikis, 47, ließ sich nichts anmerken und lächelte professionell in die Kameras. US-Medienberichten zur Folge scherzte sie auch mit den anwesenden Journalisten. Zu einem Kommentar zu den Spekulationen ließ sie sich allerdings nicht hinreißen. Erste Gerüchte um eine Beziehung zwischen Wilde und Teils keimten im Oktober 2021 auf, als sie Händchen halten von Fotografen in Kalifornien abgelichtet wurden. In der vergangenen Woche berichteten übereinstimmend mehrere US-Medien, dass die Liaison ein Ende gefunden haben soll, die beiden würden aber weiterhin enge Freunde bleiben wollen. Man habe sich angeblich auseinandergelebt und verfolge unterschiedliche Prioritäten im Leben, Wilde ihre Kinder. Stiles seine Karriere. Die Initiative der Trennung soll allerdings von Stiles ausgegangen sein. Erst im September feierten Wilde und Teils ihr Red Capet-Debüt im Rahmen der Filmpremiere von Wildes Streifen Don't Worry Darling im italienischen Venedig. Wilde ist Mutter von zwei Kindern, Tochter Daisy, sechs, und Sohn Otis, acht. Vater der beiden Kinder ist Ted Lasso Star Jason Sudeikis, mit dem sie insgesamt rund zehn Jahre zusammen war.